Ich fühle mich unstopfbar. Meine Wille ist real. Ich fühle mich unstopfbar. Bei jedem aktuellen Blizzard-Titel Gimmicks, bekannte Gebäude, Symbole, Figuren, Statuen und vieles mehr. Sei es die Hearthstone-Taverne, einen fetten Siege-Tank aus Starcraft, Snacks, Rummers oder einen riesigen Pilot. Blizzard hatte zwar bereits auf der Map Hollywood Anspielungen auf die anderen Titel gemacht. Hier ist es aber nochmal etwas ganz anderes, denn wohin das Auge auch sieht, es gibt an jeder Ecke etwas zu entdecken. Die Karte ist eine Hybrid-Map, wobei hier ein Punkt erobert werden und anschließend das Payload geschoben werden muss. Auf den ersten Blick gefällt mir die Karte richtig gut und ich bin auch schon gespannt, wie atmosphärisch vor allem es sein wird, hier drauf zu zocken. Sobald die Karte auf dem PTA landet, schauen wir sie uns selbstverständlich gemeinsam an. Um die Titel miteinander zu verbinden, funktionieren natürlich auch spielübergreifende Skins und davon wird es jede Menge geben. Mit diesem Schritt stehen Blizzard nun sämtliche Türen offen, bekannte Figuren als Skin nach Overwatch zu holen. Egal ob es die Immortal Orisa ist, Torbjörn als Magni Bronzebeard, Widowmaker als Nova. Ach Leute, wie ich mich über diesen Skin gefreut habe. Unglaublich einfach, muss ich wirklich sagen. Doomfist als Blackhand, Zaya als nen Baba, Roadhog als Butcher, passt wie die Pfaffs aus der Orge meiner Meinung nach. Und Reinhard als Crusader, der aus dem neuesten Cinematic-Trailer entstammt, den ihr euch unbedingt angucken müsst. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und zu guter Letzt kommt noch May mit dem Echo-Point-Skin aus ihrem Cinematic, der eben vor dem Reinhard-Cinematic kam. Das absolut Geile daran, die Skins werden Anfang 2018 aus normalen Lootboxen zu ziehen sein. Sprich, diese sind an kein Event gebunden. Das ist eine Sache, die sich so viele Leute gewünscht haben, weswegen das in meinen Augen auch ein wirklich guter Move ist. Und jetzt kommt die Leute, die gute Mora. Einen Heiler mit etwas höherem Skill-Cap habe ich mir persönlich gewünscht und genau das bekommen. Die Genetikerin soll schon seit einigen Jahren von der Organisation Talon unterstützt werden, die ihre Experimente finanzieren und von den Ergebnissen, also Waffen, profitieren. Sprich, die ist richtig, richtig böse. Sie wirkt düster, gefährlich und mit den wirklich interessanten Fähigkeiten wirkt sie auch wirklich richtig stark. Aber lasst uns die Abilities nach und nach mal jetzt gemeinsam anschauen. Starten wir mit ihrer Basisfähigkeit der biotischen Hand. Per Linksklick heilt sie ihre Verbündeten in gerader Linie. Sprich, der Strahl geht durch mehrere befreundete Spieler durch und heilen dabei eben alle Getroffenen. Dabei wird ihre Energie, die ihr auf der rechten Seite auch sehen könnt, langsam aufgebraucht. Auch wenn sich diese Energie eben langsam von selbst wieder auflädt, könnt ihr per Rechtsklick Schaden an Gegnern verursachen. Dabei heilt ihr euch nicht nur selbst, das heißt ihr habt hier Lifesteal am Start, sondern ihr könnt damit im Endeffekt auch eure Energie wieder aufladen. Und das auch wirklich richtig schnell, um dann eben wieder eure eigenen Leute zu heilen. Alleine hier merkt man schon, dass Morra etwas offensiver gespielt werden muss, damit sie sich zum einen natürlich stets in Range zu ihren Teamkollegen befindet, auf der anderen Seite aber auch natürlich Schaden für die Regeneration ihrer Energie austeilen muss. Da man hier natürlich ein unglaublich wichtiges Ziel für den Gegner darstellt, kann sie sich alle 6 Sekunden mit der Fähigkeit Phasensprung teleportieren. Hierbei verschwindet sie für eine Sekunde komplett von der Bildschirmfläche und kann auch nicht anvisiert werden. 6 Sekunden CD bei dieser Fähigkeit klingt für mich persönlich erstmal super und bin auch schon gespannt, wie gut der Blink tatsächlich funktioniert, denn ich glaube, dass sie wirklich sehr viel in Bewegung sein muss. Weiter geht's mit ihrer E, nämlich der biotischen Sphäre. Hierbei muss sie sich erstmal, wie auch schon beim Primärangriff, für Heilung oder Damage entscheiden. Per Linksklick verschießt sie eine heilende Kugel, die an Wänden abprallen kann und mit der Zeit sogar an Geschwindigkeit zunimmt und währenddessen eben im Umkreis stehende Kollegen heilen kann. Ist die Kugel aufgebraucht, verpufft diese einfach und genauso funktioniert es im Endeffekt auch andersrum. Also verschießt ihr die Damage-Kugel per Rechtsklick, bouncet diese auch an Wänden hin und her und verursacht an Gegnern in der Nähe Schaden. Besonders in Engräumen werden beide Fähigkeiten richtig gut funktionieren in meinen Augen. Also zum einen die Heilung eben, dass möglichst viele Leute getroffen werden und auf der anderen Seite, wenn wir eben die Schadenskugel verschießen, dann können die Gegner eben nicht ganz so schnell davor fliehen. Da Maura gerne Schaden austeilt und gleichzeitig heilen möchte, vereint ihre Ultimate beides. Der Strahl aus beiden Elementen bestehend heilt getroffene Teammates und verursacht Schaden beim Gegner, der sich echt sehen lässt. Also Leute, fassen wir ganz kurz zusammen. Maura kann im AOE-Bereich, insofern der Strahl trifft, heilen und Schaden verursachen. Sie besitzt einen Blink, einen noch besseren AOE-Damage und Heal plus einen mächtigen Strahl als Ultimate, wo sie beide Effekte in einem hat. Klingt das nicht nur gut, aber auf der anderen Seite auch irgendwie fordernd? Ich bin vom Helden-Design persönlich unglaublich überzeugt und freue mich wirklich schon richtig doll, den neuen Supporter auszupacken und bin da auf euer Feedback ganz besonders gespannt. Wie gefällt euch der Held? Habt ihr euch so eine Art von Supporter gewünscht oder habt ihr euch was ganz anderes vorgestellt? Das würde mich sehr interessieren, deswegen lasst mir da gerne mal einen Kommentar dazu da. Neue Skins aus dem Blizzard-Universen, Blizzard World als neue Map, ein reiner Cinematic, der euch eine fette Gänsehaut verpassen wird und Mora, der lang ersehnte Supporter? Das alles sind Neuerungen, die zu BlizzCon announced wurden und jetzt seid ihr dran, Leute. Was gefällt euch dabei besonders gut? Und worauf freut ihr euch tatsächlich am meisten, wenn das Ganze live geht? Sobald der PTA am Start ist und wir etwas vom, im Endeffekt von alledem anzocken können, werde ich das natürlich hier auf meinem Kanal auch bringen. Wenn ihr mehr von mir und Overwatch sehen wollt, dann lasst mir gerne ein Abo da. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und wenn dem so ist, dann haut den Daumen hoch. Stay tuned, das war's Woogle und wir sehen uns in der nächsten Episode.